Ich glaube, man muss braun und jungen Mädchen zeigen, wie vielfältig die Technik ist und wie viel man mit Informatik zum Beispiel auch machen kann und dass man damit die Welt von morgen aktiv mitgestalten kann. Es braucht ganz eindeutig Role Models und Mädchen brauchen einfach positive Erfahrungen mit Technik. Mein Zugang war schon immer ein kreativer Zugang. Ich habe immer gerne gemacht und bin mit dem Machen in die Informatik reingegangen und dementsprechend stehen die Projekte, die ich umsetze, auch immer unter diesem Motto. Das aktuellste Projekt ist Turtle Stitch. Sticken und Programmieren für die Stickmaschine. Wir machen das so, dass wir Räume schaffen und Mädchen die Möglichkeit geben, etwas Neues auszuprobieren, wo Sie mit Tätigkeiten in Kontakt kommen, mit denen Sie vielleicht vorher noch nicht in Kontakt haben, dass Sie sehen, IT, Technik, Naturwissenschaften, das ist gar keine Hexerei. Sie haben Erfolgserlebnisse, Sie gehen mit einem guten Gefühl und neuen Erfahrungen nach Hause, haben vielleicht neue Stärken und Fähigkeiten entdeckt und einen kleinen positiven Baustein auf Ihrem Weg hin zu einer Entscheidung für einen Beruf mitgenommen. Meiner Ansicht nach gibt es zwei Punkte, wie man Mädchen begeistert und unterstützt. Und zwar einerseits ist das, dass man das Selbstvertrauen von den jungen Frauen stärkt, denn viele junge Frauen können sehr viel mehr als das, was sie von sich denken oder glauben. Und gleichzeitig müssen wir den Stereotypen entgegenwirken, also die männlichen MINT-Fächer mit viel mehr Weiblichkeit in Verbindung setzen. Ich glaube, man kann nicht früh genug damit beginnen und ich glaube, es geht zuerst mal gar nicht darum, ihnen Fertigkeiten isoliert zu vermitteln, sondern Haltungen zu vermitteln und ihnen zu zeigen, zu sagen, sie erfahren zu lassen, ihnen vorzuleben, dass Frauen und Mädchen und auch ganz junge Mädchen und Kinder weibliche Kinder Welt gestalten können, dass sie kreativ agieren können und dass sie dafür ihre Sprache, ihre Erstsprache, ihre Zweitsprache, ihr Hirn, ihre technischen Fähigkeiten, ihre Hände, all das brauchen, dass sie als ganze Personen sich da einsetzen können. Ich glaube, grundsätzlich gibt es viele didaktische Möglichkeiten, junge Menschen zu begeistern. Und ich glaube, es sollte jetzt darum gehen, dass man zusammenkommt und dass man einmal schaut, was ist alles da und von welcher Plattform, von welcher Ebene können wir wegarbeiten. Anhaltungsgesellschaft Vielen Dank.